Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cryo4. Ich spiele jetzt noch mal den Part nach, den ich verloren habe, so wie den Faden gerade eben. Ich bin so gut, ich bin so gut. Ähm, ich habe auch natürlich alles offiziell hergestellt, Kekse und ich war heute beim Supermarkt, wollte den gelben kaufen. Er war weg. Ich gebe die nicht mehr. Also habe ich den weißen Tee geholt und wir tun einfach für den Rest der Folge, dass es der gelbe wäre. Okay. Also, es geht weiter in 3, 2, 1. Jetzt. Und wir sind genau an dem Fahrstuhl, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich fange gleich an. Keks Nummer 8. Ich habe schon extra aufgeschrieben. Let's go. Hier haben wir aufgehört, ne? Okay. Okay. Das ist jetzt ein anderer Safe-Stat. This one was a good one. Very nice to kill. Easy to cut with my knife. Cut like food. Okay. Das ist jetzt ein anderer Safe-Stat. Ähm, und diesen Safe-Stat werde ich jetzt... Also, Safe-Stat. Speicherstand. In hier. Bestimmt die Tür. Oh, es gibt keine. Okay. Dann mal rein da. Wie geht's? Wie geht's das, habt ihr? Wie geht's? Wie geht's das? Mit dir ist ein kaufst, ist es in der BELTOWN. Wie geht's? Das ist eine Kaufstüge. Also wir möchten da jetzt runterklettern. Ich nehme das mal weg. Ich glaube, das ist schon irgendwie ein bisschen irritierend. Oh Mann, damals habe ich mich noch richtig erschrocken, als das FIDA das erste Mal war. Habe ich noch eine Spritze? Nein. Achso, ja. So, und nochmal. Ich feiere das Bild immer noch so heftig, ich habe das jetzt immer liegen. Ich finde, ey, es ist so cool. Nochmal, vielen, vielen Dank. So, ey, das ist genial. Das ist super. Oh, ich... Irgendwas passiert hier gleich wieder. Ey, ich habe die auch noch so. Also manchmal so ein paar Fehler im Bild. Ich könnte jetzt einen auch so einfach so richtig auf so einen dummen Barbaren machen, der jetzt hier einfach... Die Gitter waren da nur... Ja, da waren eben Gitter hinter uns. Ist das der dritte Part, den ich übersprungen habe? War das so wenig? War das wirklich nur... War das nur, wie ich den Typ in der Badewanne gefunden habe? Ey, das... Nee, 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 nee Okay, ne, ich spiele aber erstmal bis dahin, wo ich weiß, dass ich aufgehört. Basement Key. Ich muss jetzt in den Keller, ne? Oh, hier habe ich halt wirklich aufgehört. Das gibt's ja nicht. Ey, das Aiming ist halt gar nicht so gut. Bullshit. Ey, Leute, das war's. Das hätte ich auch nachspielen können. Ey, was soll ich denn da jetzt für ein Thumbnail für verwenden? Äh, wo der Pullover... Okay, ich sag's im vierten Park, glaube ich schon. Ich hab den Pullover gestellt, ich hab ihn auch schon längst, sehr lange. Ähm, und zwar, was in dem Bild war, gar nicht mein Kumpel in dem Thumbnail vom ersten. Das war halt wirklich ich mit dem QR4 Pullover. Also, dem hier von Simon. Und ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist komisch. Dieses Gans... Das ist mir echt so suspekt, wo... Hä, wieso ist denn auf einmal nachgeladen? Das gibt's ja nicht. Ey, das ist doch... Ich bin mir gegen eine Treppenstufe gelaufen. Jo. Leute, das war der verlorengegangenen dritte Part. Welch ein Abenteuer. Und welche unglaublichen Enthüllungen uns hier zur Schau gestellt wurden. Ich bin echt schockiert. Über die bloße Masse an Informationen die unser Leben jetzt bereichern. Das ist ja echt dunkel. Basta! Oh, Roni. Keine Wünsche. Ich hab schon so viele böse Wörter in diesem. Ich... Ich mach jetzt einfach, bis ich sterbe. Weil das lustig ist. Ey, ja, das tut mir jetzt so ein bisschen leid, dass es so kurz ist. Ach komm, ich hör jetzt hier auf. Das ist... Das gibt's ja nicht. Ähm. Das war der Part, weswegen es so lange gedauert hat, bis... bis wieder was kommt. Mehr oder weniger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie würde Tschau sagen. Tideli.